Na halli hallo und willkommen hier auf meinem Kanal, mein Name ist Jake Glocksen, das ist Crypto von Necrodancer Amplified, wir haben Sonntag den 1. Juli 2018, dementsprechend ist hier die Daily Challenge dran, vorher, vorher, kurz nochmal, weil es so lange her ist, ich habe einen neuen Kommentar auf meinem Kanal, und zwar von Bastian Hernandez, der schreibt in meinem Audio Surf Retro Future Dirty Video, Kazoo oder Kazoo oder irgend sowas in der Richtung, Bastian, ich habe keine Ahnung, was Kazoo ist, wenn ich es bei Google eingebe, finde ich einen Haufen spanische Internetseiten, wo das ab und zu mal erwähnt wird, und wenn ich nach Bildern suche, dann finde ich einen Haufen Pokémon Bilder, unter anderem von Wulpix, ich habe keine Ahnung, wieso, ich weiß nicht, Kazoo konnte ich direkt nicht zuordnen in der Richtung, unter anderem finde ich aber auch ein Bild von Ronaldo, also ein Fußballspieler, ich weiß nicht, was der mit Kazoo zu tun hat, ich weiß nicht, was Kazoo ist, kein Plan, auf jeden Fall habe ich geantwortet, auch entsprechend natürlich, und ja, also ich wollte es bloß mal erwähnt haben, der letzte Kommentar davor, der nicht von mir war, war von Unruhestifter, Unruhestifter von vor vier Monaten, das heißt, ja, ich zelebriere das einfach mal hier, dass mal wieder sich jemand schriftlich gemeldet hat quasi, und wenn auch du hier mal genannt werden willst, ich glaube, ich werde das nämlich öfters machen am Sonntag, wenn ich einen Kommentar kriege, ich werde, ich werde alle Kommentare vorlesen, die ich jede Woche kriege, außer es sind mehr als drei, dann werde ich nur drei vorlesen, ne, ansonsten wird mir das zu viel, und Fragen werde ich natürlich auch beantworten hier, in der Richtung, ich glaube, das ist eine super Sache für den Daily Challenge, beziehungsweise den entsprechenden Sonntag, so, dann hätten wir das auch, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, was ich sagen wollte, ja, vielen Dank Bastian Hernandez für den Kommentar, auch wenn ich nicht weiß, was es bedeutet, da könnte jetzt alles Mögliche rein interpretiert werden, Kazoo zum Beispiel, Ficken oder sowas, ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, Daily Challenge, machen wir mal los, wie gesagt, 1. Juli, und ich bin gespannt, bin gespannt, wie es läuft, und, ähm, wer, wer den Morgen in den Lauf sieht, der weiß, dass ich heute nicht unbedingt da ausgeschlafen bin, aber, das nur am Rand, ich glaube, langsam geht's, und ich bereue es, das gesagt zu haben, wie immer, denn dann geht's meistens nicht, aber, so oder so, wenn mir die Folge hier zu kurz ist, wird hinten dran natürlich noch ein bisschen Noctona gemacht, so, dass wir hier auf eine vernünftige Länge kommen, ähm, der Blutdolch für 13, ach, ist er geschenkt, dann nehmen wir den doch mit, ist zwar immerhin, nichtsdestotrotz nur ein Dolch, aber, naja, so, was haben wir hier, natürlich den Blutschrein, ich wusste es, äh, Blutschrein, äh, Blutteleporter, oh Gott, und da haben wir für anderthalb Herzen, ja, du, da wechseln wir, für anderthalb Herzen den, äh, Obsidian-Sperer, mehr Reichweite und direkt auch mehr, Mahlzeit, mehr, ähm, Schaden, ist doch eine super Sache, da kann ich doch nicht nähe sagen, kommst du mal rüber, danke, das läuft ja, sind, kommen wir tatsächlich auch schon auf drei Schaden und kriegen Kisten und Fässer kaputt, das ist total toll, so, und wie sieht's denn hier aus, jede Menge Schleimse, danke, Flair-Maus ist kooperativ und, äh, stürzt sich freiwillig in den Speer, ja, mal wieder ein Kommentar, äh, das, das, äh, die kommen so selten, die kommen so selten, dass ich mich jedesmal, jedesmal drüber, äh, also, nicht und nicht wundere oder so, aber überrascht bin halt, ähm, aber, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Kommentare mit Aussage wären natürlich besser, äh, äh, oder einer Frage, eine Frage, Fragen wären richtig geil, ihr könnt mir gern Fragen stellen hier, äh, wie gesagt, werde alles beantworten, was ich kann, so gut ich kann, ähm, und ja, wie gesagt, auch vorlesen, wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr das gerne dazu schreiben, wir leben ja in einem Zeitalter der völlig überzogenen Datenschutzpolitik, da, äh, da könnt ihr dem einfach auch widersprechen, aber, ja, wenn ihr, wenn ihr natürlich einen Kommentar öffentlich stellt hier bei mir, dann ist der öffentlich, allein schon mindestens in dem Video, genau, hatten wir, glaub ich, hier alles, äh, denke ich, ja, ne, dann gehen wir weiter, das läuft ja ganz gut, wir haben einen Haufen Bomben, und ein leeres Herz, und die Fackel, Alter, ich krieg' nen Vogel, das kann doch nicht gut enden, jetzt machen wir irgendwas mit vier, mit vier Schaden, wenn, wenn, wenn der Obsidianen-Sperr mitmacht, haben ein bisschen mehr Licht, haben ein bisschen mehr Licht, wir haben sogar noch was zu essen, das Essen war dann auch gleich mal, noch mehr Wombe, mein Gute, wenn ich jetzt das mit dem Beat nicht verraffen würde hier, komm mal runter, danke, hier ist nix weiter, sehr schön, so, wie sieht's denn hier aus, da ist ne Kiste im Weg, das ist ganz gut, da kann ich mir erstmal den Geist oben vornehmen, und ne Möhre, meine Güte, wir werden mit Essen überhäuft, wär's ein Zelda-Spiel, würde ich jetzt sagen, da lauert ein Boss auf uns, beziehungsweise ein, äh, ein Arena-Kampf, aber es ist ja nicht Zelda, leider, obwohl Zelda mit Rhythmus, äh, weiß ich nicht, nicht so, ne, so, erstmal die ganze Wande anlocken hier, dann gibt's ordentlich auf die Torte, und dann geht's auch schon weiter, ja, meine Stimme ist ein bisschen in dem Eimer, das ist auch die letzte Aufnahme, die ich hier heute machen werde, ähm, ähm, Zone 4, und, ähm, Badenlauf ist noch, ist noch eigentlich noch angesagt für die Woche, die mach ich dann aber morgen, ich werd dann heute erstmal verstärkt Tee trinken, außerdem bin ich eh ziemlich eingespannt heute, mit, ähm, erstens, erstens, äh, haben wir Kaffee trinken mit Verwandten, ne, sorry, Mittagessen mit Verwandten, äh, gaststättenmäßig, und nachher geht's noch zum Kumpel Kaffee trinken, ach, ganz schrecklich, wenn das der einzige Wochenendtag ist, äh, bist du da echt im Stress, und dann noch hier schön Nekrolässe aufnehmen, man, 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 wo ist denn der Ausgang, eigentlich, da, na gut, da, 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 so, die ganze Wande kommt hier auf einen Zugesprung, das ist schön, wenn das schon in Level 1 so ist, äh, Zone 1, entschuldigung, dann kann das ja, äh, in den späteren Leveln nur besser werden, so, wir machen uns mal überhaupt keinen Stress, und lassen die Fritze erstmal schön, in Ruhe, so, Froschschuhe, nein, nee, muss nicht, bin so schon verwirrt genug, hm, so, ja, wenig Schlaf gehabt, aber, anscheinend mit dem einen oder anderen Eimer Kaffee geht das dann langsam, na toll, Möhre, also ich erstmal die Möhre allein, dass die Karte aufgedeckt wird, und nehmen dann die Keule mit, so, Stiefelchen, Stiefeletten, können wir gerne auch mit dem, den Blut, Degen, lassen wir mal liegen, lassen wir mal gediegen liegen, und gucken mal, wo hier der Chef ist, ich habe auch wie jede Woche mal wieder, mal wieder an den Mikro-Einstellungen rumgefriemelt, bin halt immer noch der Meinung, dass es sehr gedämpft klingt, ich weiß nicht wieso, ich habe jetzt nicht den übergroßen, oh Gott, wir gehen mal lieber nach oben, ich habe jetzt nicht den übergroßen, ähm, Popfilter drüber, nur so ein Windschild, der das Gröbste abfängt, aber nicht zu sehr, zu sehr muffelt, ähm, ich bilde mir ein, das liegt an den Frequenzen, und habe da dementsprechend auch rumgeschraubt, ich sollte jetzt weniger bassig klingen, und, äh, ja, dementsprechend ein wenig, klarer zu verstehen, es könnte natürlich auch einfach bloß daran liegen, dass ich eine beschissene Stimme habe, das ist alles durchaus möglich, was haltet ihr, was sagt ihr dazu, was haltet ihr davon, schreibt es doch mal in die Kommentare, ich lese die dann vor, laut, für alle, so, wir haben so viele Bomben, da können wir gleich mal gucken, was hier noch ist, der zusätzliche Shop, mitten im zusätzlichen Herzen, aber sowas von, die Möhre, können wir leider nicht mitnehmen, haben wir schon, wir haben schon, einen entsprechenden Gegenstand, ich würde jetzt gerne, warte mal, hier nach oben weitergehen, Dankeschön, hier ist zwar nichts drin, aber das muss er ja erstmal wissen, äh, da waren die Froschschuhe, äh, 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 die Froschschuhe, geht gar nicht, das Schlimme ist, das Räuspern macht zwar temporär besser, aber dann letzten Endes belastet die Stimmbänder ja natürlich noch ein bisschen mehr, Gott, jetzt höre ich das sogar schon selber so arg, ist natürlich der, die Person sind natürlich die perfekten Voraussetzungen, für einen entsprechenden Kommentar zum Mikrofon, zum Mikrofontest, Hau bloß ab, ich verpasse auch jedes Mal den Beat heute, ja, haut mir doch einfach alle, eine runter, jetzt bist du dran, Alter, jetzt esse ich was, jetzt esse ich was zu essen, ah, King Konga, ich meine, der Kampf an sich ist nicht schlimm, aber den Beat zu halten, das ist die Scheiße, und King Konga ist unverwundbar, solange wie die Kongawellen, äh, die Konga-Schlangen noch da sind, das macht's nicht besser, wenn der dann jedes Mal ange-u-u-u-u kommt, ja, aber willkommen in Zone 2, in der Daily Challenge, kommt auch eher selten vor, seltenär, muss man dazu sagen, ja, und willkommen in Zone 2, das heißt, ein fröhliches Kazoo, au, das hab ich verdient, das hab ich so verdient, ich weiß gar nicht, wieso meine Stimme so im Eimer ist, es war sehr windig, es war sehr windig, die letzten Tage, es kann durchaus sein, dass es daran liegt, jetzt warten wir erstmal schön, bis der Drache sich hierher geprümelt hat, wir warten sogar noch ein Stückchen weiter drüben, weil ich würd's eigentlich, sowas würd ich eigentlich nicht riskieren, nein, na, das wollt ich jetzt erst recht nicht, warte mal, ich hol mir sofort meine andere Fackel wieder, ich geb doch nicht meine vier Schaden hier auf, das wär ja noch schöner, vier, beziehungsweise drei, beziehungsweise zwei, da auf den Kohlen rum, so, äh, nehmen wir uns das Ganze mal mit, ja, ich habe, ich habe, also erstens hab ich davon zum ersten Mal gehört, es wird ein Sonic the Hedgehog Movie, äh, Film geben, also in der Reha, also ich sag mal, Live-Action-Film, so wie ich das gehört habe, Live-Action mit Sonic, erstens das, krasse Sache, bin ich gespannt drauf, und zwar so 2019, vielleicht sogar erst 2020, ist aber egal, ähm, je länger, desto besser, desto mehr Mühe geben sie sich wahrscheinlich, und, ja, Dr. Eggman, beziehungsweise Robotnik, wird gespielt von Jim Carrey, ähm, wenn das nicht mal interessant klingt, das muss doch wirklich alles mit dem hier, super, ähm, jetzt haben wir zwar ein bisschen weniger Kohlen, sind aber dafür ein bisschen besser ausgestattet, äh, ja, nee, also, Sonic the Hedgehog Movie, ähm, mit, äh, mit Jim Carrey als Robotnik, ähm, ich bin gespannt, entweder ich hab mich verlesen mit dem Live-Action, weil das kann ich mir absolut nicht vorstellen, obwohl so in Richtung Guardians of the Galaxy vom Animationsgrad her, das wäre schon geil, das wäre schon richtig geil, gibt es eigentlich Menschen bei, bei, bei Sonic, äh, im Sonic-Versum, weiß ich gar nicht, ich glaube, es gab mal einen, gab mal einen Crossover mit irgendeinem Franchise, aber ansonsten sind das doch alles, äh, Eagle und Hasen und Füchse und sonst was, da wäre doch Live-Action völlig bescheuert, also, es wird, ich denke mal, ich denke mal, ich hab mich verlesen, ich denke mal, ich hab mich verlesen, hier kommt mal auf den Typen auf mich zu, äh, und das wird eher so CGI, jetzt muss ich gerade mal hier, ganz kleines bisschen gucken, hab schon meinen Multiplikator verloren, so, den Maulwurf hatten wir auch erwischt, sehr schön, sehr gut, wo ist denn der Schock, das interessiert mich ja eigentlich am, am Level immer am meisten, mein Nightmare haben wir schon kaputt gehauen jetzt, hier liegt noch Gold rum, und ja, bis jetzt schon, der fett ist, ein fetter Erfolg hier mit dem, mit der Daily Challenge, ich meine, alles was über Zone 1 rausgeht, ist für mich ein Erfolg, bin ich immer noch der Meinung, ach Gott, das kam unerwartet, aber, ja, Dornenkrone gerne doch, dann nehmen wir auch direkt erstmal den Käse, allein zur Sicherheit, oh Gott, Silber Langschwert, ähm, oh, also wir würden garantiert einen Schaden mehr machen, Silber bei 3, und müssen uns nicht mehr um Multiplikator kümmern, und ich glaube, das nehmen wir mit, die Fackel brauchen wir natürlich nicht austauschen, und dann mit der Dornenkrone, haben wir jetzt natürlich gute Karten hier in Richtung, äh, in Richtung Pilze kaputt hauen, und dementsprechend Opfer sammeln, da, 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 so, ähm, ja, Half-Life 2 Episode 2 nähert sich bei mir dem Ende, was so die Aufnahmen angeht, ich dachte, für mindestens die letzten zwei, die letzten zwei Sitzungen dachte ich schon, äh, ich bin da, ich bin da fertig mit, aber irgendwie zieht sich das überraschenderweise in die Länge, ich meine, ich freue mich natürlich drüber, aber, äh, ich bin natürlich auch gespannt, Entschuldigung, auf die nächste Serie, die ich da anfange, und ich weiß immer noch nicht welche, ich weiß immer noch nicht welche, also, es wird ein Shooter wieder, für diesen, quasi, Shooter-Slot, den ich mir da aufgehoben habe, ich habe eigentlich vor, immer so einen Shooter zu spielen, weil die machen sich so gut, so unterhaltsam, aber ich weiß noch nicht welchen, 4, die, die Reihe, F, E, A, R, ach, Kunde, steht im Raum, für mich, als Kandidat, aber, ich könnte auch Far Cry anfangen, also, ich mag jetzt nicht unbedingt Far Cry 2, aber das Schöne ist, die haben ja alle untereinander nichts, nicht wirklich was miteinander zu tun, das heißt, man könnte die zwei auch generell auslassen, soll spieltechnisch aber, dass die bessere, die beste, der beste Teil sein, lustigerweise, also, das, äh, ich fand das halt, Scheiße, ich fand das halt mit den, mit den Diamanten sammeln, und dem hässlichen, deinem hässlichen, ähm, hier, Herzproblem, oder was das da ist, Kreislaufproblem, ziemlich bescheuert, ich esse jetzt einfach mal den, 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 den Keule, und ja, in den Shop gehen wir auch, ach, und wir kommen ja durch Wände durch, ja, ist das günstig, was haben wir denn hier, nur Blödsinn, na, das ist ja nicht so schön, ah, die, die Pilze, wenn wir mitnehmen, man könnte die Wurfsterne mitnehmen, aber wir machen ja schon so viel Schaden eigentlich, wir machen nur drei Schaden, und wundert mich gerade, dass wir das Fass nicht kaputt gekriegt haben, oder haben wir das Fass kaputt gekriegt, ich hab nicht aufgepasst, ich war, ich war, ich war dronieren hier, Alter, diese Flayer-Maus, jetzt hab ich sie, wir machen jetzt zwei Schaden, wie geht denn das, ach, das ist das normale Langschwert, ich dachte, das wäre das Titanengedöns, äh, Titan, Titanium, Kacke, das war ja so nicht geplant, das sieht ja schon wieder, letzte Vollidiot aus hier, warte mal, war das in diesem Level, warte mal, Kacke, nee, ne, scheiße, war das im letzten Level, ach, so ein Rotz, habe ich jetzt echt den, den, äh, Obsidian-Schwer, äh, Speer gegen ein normalen, gegen ein normales Langschwert, getauscht, ich Vollidiot, und hier unten ist auch nicht mehr wirklich viel, ist noch eine Truhe, mit einem Holz, na, super, das hätte ich jetzt ein bisschen eher gebrauchen können, das ist ja eine Kacke, und ich wundere mich, warum ich die Kiste nicht kaputt gekriegt habe, das war echt im letzten Level, das ist ja eine Scheiße, hier unten ist noch was, aber hier nochmal gucken, na, einmal nichts, na, toll, auch nur, Kacke, das war nicht gewollt, also ich hätte gedacht, das wäre das Titanium gewesen, okay, Gott sei Dank, so, äh, Deep Blue ist, einer der, eher läscheren, Bosse, kennt man ja, und da ist auch schon die Königin gefallen, wir müssen natürlich mächtig aufpassen, dass wir keine Bauern, danke, die Hunde, keine Bauern runterkommen, so, jetzt kriegt der König auf die Fresse, und dann sind wir da auch schon durch, haben leider keinen perfekten Lauf gehabt, aber wir sind in Zone 3 angefangen, ich nutze die Gelegenheit mal, um ein Schlückchen zu trinken, Daily Challenge, zu, äh, Schone 3, dass, äh, darauf ein freundliches Kazoo, ich weiß nicht, was Kazoo bedeutet, das ist bestimmt irgendwas, irgendwas beleidigendes, oder so, und ich, äh, brüll das hier fröhlich raus, wenn irgendjemand weiß, was Kazoo bedeutet, ist das wirklich ein Pokémon? Das wäre natürlich, das wäre natürlich noch am besten, aber ich habe keine Ahnung, so, der wartet da mit erhobenen Händen, also Gott sei Dank, da ist ja, da gehe ich mal lieber nicht ran, hier kann ich von der Seite, so, kriege ich dich jetzt mal hier irgendwie dazu, näher zu kommen, so, dass ich dir auf die Fresse hauen kann, ja, es klappt doch, so, was haben wir denn hier, bitte was irgendwas Blutiges, oder auch nicht, so, aber, äh, wir gucken mal in die Kiste rein, da ist ein Appel drin, den nehmen wir natürlich gerne mit, dankend im Empfang genommen, unten war der Schock, da war ich aber auch noch nicht drin, da gehen wir jetzt auch direkt mal hin, wir haben auch einen Haufen Kohlen, Mann, 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 warum haben wir so viele Kohlen, wir sind doch recht verschwenderisch, woran liegt das, so, ein Ring, wir haben noch keinen Ring, das ist der Plus, muss ein Schaden mehr Gegner ringen, nee, muss nicht, danke, äh, Stiefel gegen Greaves getauscht, äh, oh Gott, wofür waren die gut, weiß ich jetzt gar nicht, gegen Matsch, ne, unter anderem Matsch, glaube ich, aber den haben wir ja hier nicht, nicht mehr so, dankeschön, ich hau einfach ab, und gehe natürlich direkt in den nächsten Shop rein, da haben wir den billigere Lädenring, den nehmen wir natürlich mit, dann nehmen wir noch das verfluchte Herz mit, das ist super, dann essen wir mal den Appel, nehmen uns die Wand vor, goldener Degen, nee, ne, der Ausfallschritt, der ist mir echt zu, zu doof, ach Gott, wer macht denn sowas, ich habe auch schon wieder den Benji gehört, aber ich wollte hier eigentlich zu dem Teleporter, ach gut, sehr schön, was haben wir da, nein, nicht den Glas, nicht das Glasschwert, hast du noch was anderes, ja gut, den können wir nehmen, Goldschweer, äh, zwar nicht mehr zwei Felder Angriff, aber zumindest, nee, ist auch wieder nicht besser, ne, was mache ich heute für eine Scheiße, muss ja echt mal, muss ja echt mal reklamieren hier, und da hinten, oh Gott, da stehen sie an, hier stehen sie an, für Drösche, ist ja nett, so, ja, ich hole mir ja schon meine, ich hole mir ja schon meine Waffe wieder, wo habe ich ihn jetzt hingelegt, na toll, ja, Latsche, aber jetzt noch in der Lava rum, wo ist denn der Teleporter jetzt hin, wo war denn der, bin ich bescheuert, wo ist denn der Teleporter, wo ist der Teleporter, hä, ich habe es gerade nicht, ist der weg, warum ist der Teleporter weg, ist der weg, wenn man was gehofft, ist mir noch nie aufgefallen, scheiße, unsere Waffe wird immer beschissener, scheiße, da gehen wir doch einfach, äh, peinlich, porriert weiter, die Skelette nach wie vor von der Seite klatschen, ist immer noch die beste Möglichkeit, Gott, wie sieht es denn hier aus, ja, du weg, du weg, gab direkt mal Leben, lächeln, die, Hündchen nehmen wir uns mal frontal vor, wo ist denn der Shop, sieht man schon, ne, doch, da ist er, ach, das war so klar, dass ich da reinlatsche, so, keine Waffe, scheiß Dreck, keine Waffe, so ein scheiß Dreck, äh, ein Ring, ja gut, ein billiger Lenring, den werde ich jetzt nicht eintauschen, ähm, vor, vor Zone 4 sollten wir es erreichen, nehme ich mal den Kompass mit, nimmt ja, nimmt ja keinen, äh, keinen Slot weg in irgendeiner Form, äh, also das war in Zone 4, wissen wo es lang geht, beziehungsweise, eventuell lang geht, roh, blauer Drache, äh, warte mal, da muss ich jetzt definitiv erstmal, Dankeschön, den Schleim wegkauen, so, dann lass mal nämlich von oben direkt mal auf uns zukommen hier, und da ist er auch schon, äh, Passé und Geschichte, alles eine Sache der Planung, was haben wir hier, äh, die Schaufel, Grabsprung, äh, nee, muss nicht, scheiße, warum habe ich da jetzt kein Leben verloren, ich stand gerade auf der Lava, keine Ahnung, äh, werde mich bestimmt nicht beklagen, wollte es nur mal aufzeigen, kommen wir jetzt endlich mal in Richtung Ausgang hier bitte, haust du ab, so, jede Menge Lava, ist ja ganz toll, das wird doch nicht besser, aber bloß weg hier, Coral Whiff, ausgezeichnet, den Gegner wünscht man sich für Zone 3, weil der ist einfach mal, kurz einfach, außer man gerät in die Pfütze, aber das nur am Rand, ja, klatsch mir noch eine, du Penner, dann klatsch ich dir eine, wie du mir, so ich dir, wenn du mich krumm ankommst, gibt es ein dritten Paddel über, so, da haben wir ihn auch schon erledigt, durch die Goldwaffe bleibt überall ein bisschen Kohlen liegen, das ist total toll, und dann gehen wir mal weiter, Zone 4, in der Daily Challenge, ich bin, ich bin total begeistert, bis meine Mutter, und wir haben den, den Kompass, das heißt, wir wissen, wo es lang geht ungefähr, zumindest müssen wir nicht großartig nach dem Ausgang rumirren, aber den Shop zu finden, das wäre trotzdem noch eine gute Sache, kann jetzt endlich das Äppchen mal hier dran, hier vorbeikommen, sehr schön, so, wir lassen die Statuen in Ruhe, ähm, nee, nicht in Zone 3, 3, 3, 4, den Kolben, denn, hier ist Abstand King, und, du möchtest auch nicht, du möchtest auch nicht, äh, an deiner Bewegung gehindert werden, indem du ständig irgendwas angreifst, möglichst noch den Ritter, der überhaupt keinen Schaden kriegt, oh Gott, die Explodierspinner, das ist ja eine Affe hier, so, ab in den Shop, der normale Speer, das wird nicht besser, das wird nicht besser, wir nehmen uns mal die Reduzierrüstung, denn, äh, es reduziert auf eins, oder so, anstatt nur ein halbes, irgendwie zu, ding, hab ich da jetzt Nahrung, was, nee, was war das, achso, das war das Diadem, nee, das brauchen wir nicht, ach, der Oger, lass mal den Oger doch mal um die Ecke kommen, ach, Kunde, das hier, dieser hässliche, Spinner dazwischen, krimiert uns jetzt, jetzt hau ich dir auf die Fresse, Gott, so ein Affe, der Oger, ich werde doch hier bestimmt gleich an irgendeinem Rotz sterben, zum Beispiel die, du, ach Gott, es hat noch geklappt, ich würde jetzt gerne nach Gesundheit suchen, aber hier findest du auch nur Ärger, lohnt sich das hier noch rumzugucken, ach Gott, ich hab auch gar nicht, ach, du Scheiße, na klar, du hast die Blutwaffe, da kannst du ganz gut eigentlich, leben farmen, wenn du dich geschickt anstellst, und auch hier die, die Truhe kriegen wir noch auf, äh, Truhe, Kiste, wenn wir sie hier rinschubsen, drei Bomben, na toll, mh, lecker Bomben, die sind so nahehaft, sind auch so reichlich vorhanden, wie ja mal gerade, mh, ne, 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 geh mal weiter, so, auf der rechten Seite lauern sie schon, Ausgang ist unten rechts, unten ist eine Fallenkammer, oben geht's nicht weiter, äh, ja, dann müssen wir ja wohl nach, äh, rechts, okay, sieht gut aus, ah, sieht nicht so gut aus, äh, das ging ja gerade noch mal gut, Armadillo, verzieh dich, hier unten haben wir eine, Dreierkammer mit nix drin, der Shop, würde jetzt gerne Richtung Shop, wir halten uns mal schön von der, scheiße, Wand fern, von der Wand fern, hab ich gesagt, fucking Armadillo, dem hab ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, das ist irgendwo hingekugelt, und dann hat's da gelauert, oh, Gott, Herzen, auch wenn's verfluchte sind, Fledermauschutz, bessere Kisten, äh, gegen billigere Läden, ich glaub, das ist derzeit gut, wir nehmen trotzdem noch mal die Kiste mit, wo nur ein Scheiß, so ein Mist, Mistscheiße drin ist, Mann, so, aber wir haben wieder drei Herzen, wenn's, auch wenn's verfluchte sind, hättest du gern, was ist es, der rote Drache, okay, der kann, der kann, äh, komm, da steht einer am Weg, was ist denn da am Weg, ich seh's nicht, komm mal bitte eins rüber, der verbruzt ist mir doch bestimmt gleich was, ach, das ist ne Kiste, okay, erst mal den, Affen, ach Gott, ich krieg schon wieder Schnappatmung hier, so, du weg, Gold, ach Gott, das war knapp, Affen hat der, ehrig, eingeiste Affen, Affen, Affen auf Eis quasi, das Beste, was du da haben kannst, so, äh, äh, wir lassen's, wir gehen weiter, ne, ach, der Bied wird immer hektischer, äh, wo gehen wir lang, ach du Scheiße, ja, danke schön, danke, äh, danke, der, danke Fee, hat mich ein bisschen geheilt, die Kommentare wären, äh, karga, weil hier echt Konzentration angesagt, Scheiße ist, Alter, immer dieser, hässlicher, verwirrt Zauberer, der hier im Weg steht, ich muss unbedingt die Affen klatschen, denn die, zählen natürlich trotzdem noch fürs Opfer hier dazu, für, für unsere Dornenkrone, jetzt haben wir hier, äh, ach, jetzt hab ich die Spiele von hinten gehauen, das ist so eine Rotze, ähm, man hier immer nur Bomben oder, oh Gott, Bomben oder Gold in den Thronen drin, sind wir aber langsam clever hier und nutzen, nutzen unser eigenes Gelumpen auch ein bisschen, du bist auch weg, das gab direkt nochmal wieder Leben, aber ich eier hier gerade so ein bisschen hin und her, oh Gott, warte, jetzt, jetzt, viel zu viel, jetzt hab ich gerade meine Waffe weggehauen, Gott sei Dank stand da keiner, Gott, jetzt rennen die einen Haufen Fledermäuse rum, ja, warte, da ist eine Waffenkiste, die nehmen wir natürlich gerne mit, wenn wir sie erreichen, nein, ich wollte dich nicht hauen, Fee, das tut mir total leid, sei mir doch nicht sauer, Schriek weg, okay, zu viel Zeug, der muss ja sich jetzt unbedingt umdrehen, ja, du bist weg, der hau ich auf die Mütze, was haben wir denn jetzt hier drinnen, verdammt nochmal, die Peitsche, nein, danke, du bist kaputt, du bist kaputt, du bist kaputt, du musst gehen, du musst auch gehen, oh, Blutharfe, auch nicht hilfreich, heilt dich jeden Level gegen Flairmausschutz, nee, nicht wirklich, ich find das ganz gut so, oh Gott, Anspannung, Anspannung, sehr spannend, das Ganze hier, und mit den Rittern, das macht's nicht besser, Läuft, 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 kommst du jetzt bitte runter, Junge, ich will dir auf die Torte hauen, das zieht bei mir nicht mehr mit dem Verwirren, jedenfalls nicht sofort, jedenfalls nicht auf Dauer, jetzt komm doch endlich mal runter, Junge, ich mein, ist ja ganz schön, dass du mir hier die Kollegen vor die Füße schmeißt, halt andersrum, das hier ist mal Kills, ja, ne, geil, hey, wir sind ein bisschen Nebenfarben hier, jetzt komm doch mal runter, da wird auch Zeit, ne, toll, ach Gott, das läuft ja, jetzt hab ich dich, und jetzt bist du tot, Junge, oh, oh Gott, Zone 4, Zone 4 überstanden, Kazuuu, Zone 5 in der Daily Challenge, wer hätt's gedacht, ich hab doch gar keine Zeit für sowas, aber wir haben ja Zone 5 auch ein bisschen geübt, das wird jetzt hoffentlich ein bisschen was bringen, oh Gott, aber bis jetzt alles, was ich, alles, was ich mir wünschen konnte hier, für die Daily Challenge, muss ich ja sagen, oh ja, bitte, Mahlzeit, oh, so, wir lassen die ganzen Türen mal zu, und bewegen uns am Kabel lang, in Richtung Shop, der ja hier hoffentlich irgendwo, auch sein wird, ja, das musste jetzt unbedingt sein, ich musste aber trotzdem auch das Kabel halt drauf, um hier, äh, ein bisschen mehr Power zu haben, sehr schön, Shop ist weg, danke, ach, irgendwo, irgendwo kriegst du immer Schaden, aber das Schöne ist, dass hier immer so die, äh, die ganzen, die ganzen Kollegen in Gruppen ankommen, das, äh, gibt gut Heilung, so, Shop trotzdem, ich brauch immer noch eine bessere Waffe, also am besten wäre natürlich sowas wie das Langschwert, nur halt in besser, oder, oh, das Schneegedöns, gerne doch, nehmen wir gerne mit, die Hacke brauchen wir eigentlich nicht, die Peitsche sowieso nicht, ei, 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 wir sind gut dabei, 35 Minuten übrigens, ist ja Wahnsinn, das war bestimmt der Kommentar, der, der hier, von, äh, ich hab den Namen vergessen, warte mal, Bastian Hernandez gekommen ist, gibt mir hier die Kraft weiterzumachen, besser zu sein, als alle anderen, oder so, so, was haben wir denn da, äh, die Axt, ich mein, die hat uns bis jetzt nicht wirklich immer einen Gefallen getan, aber, gegen den Speer, ich denke, außerdem macht sie mehr Schaden, sind wir bei drei Schaden wieder, zumindest auf Entfernung, das ist ganz gut so, und auch ein bisschen breiter aufgestellt, soweit, oh Gott, der rote nur, Gott sei Dank, und der kriegt erstmal Fett auf die Torte, also, ich gehe schon wieder unnötig Risiken ein hier, hast recht mit dem fucking Elektromagier, aber klatscht ganz schön was weg, die Axt, muss ich ja sagen, wenn du sie ordentlich einsetzt, geht das eigentlich, ähm, die Level sind nicht zu kompliziert im Vergleich zu Zone 4, das heißt, wir werden uns hier, wir werden uns hier ein bisschen mehr umgucken, ich kriege die Kunde leider immer noch nicht kaputt, aber, ich kann sie von einer Seite einfrieren, wenn das nicht praktisch ist, weiß ich auch nicht, werden wir eventuell sogar Deadwinger sehen, das wäre, das wäre total lustig, oh, hier ist noch eine schwarze Truhe, mit der Blutaxe, oh, ein Schaden weniger, aber dafür, echt viel Heilung, ähm, nee, nee, wenn der Chef kommt, mit dem, mit dem Bosskampf, muss er die eigentlich so schnell wie möglich loswerden, und da kommen nicht zu viele Gegner, na gut, dann machen wir weiter, so, meine Fresse, wer hätte es gedacht, wir landen hier echt noch, wir landen hier echt noch beim, Chef de la Chef quasi, in dem Lauf, das wäre total lustig, wenn ich mich nicht allzu doof anstelle, und nicht allzu viele, ähm, Elektromagier hier mitnehme, so, das lassen wir mal schön zu, und gehen erstmal natürlich den Gang, lang, um den Shop ausfindig zu machen, das Wasser hat es nicht leicht, die Schuldträger auch nicht, das mit dem Einfrieren ist eine geile Sache, so, Graben und Schaden, das ist jetzt eigentlich die, ach so, Graben, oh na, super, ein Schaden mehr, nein, Reichtümer brauchen wir auch nicht mehr, haben wir schon, bisschen jedenfalls, da sind wir genau richtig gegangen, wow, das ging flott, und ja, mehr, mehr wollen wir hier eigentlich auch von dem Level nicht, ich gucke trotzdem mal weiter, nicht, dass wir doch noch irgendwo Lebensenergie oder sowas finden, das wäre ganz geil eigentlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Tatsache, warte, die kaputt gehauen, den kaputt gehauen, den kaputt gehauen, sehr schön, das läuft, und dann finden wir hier echt noch eine Fleischkeule, das Beste, was du eigentlich haben kannst, das heißt, wir haben de facto vier Herzen mehr, vier oder fünf, und mehr will ich nicht, ich gehe, ich gehe zum Dead Ringer, okay, wir wissen, erst die Glocken läuten, Gegner kaputt hauen, dann den Dead Ringer killen, und oben die Glocke läuten, der Beat ist auch so schnell bei dem, das ist so kacke, es ist hilfvoll weiter, dass du den, dass du den mitdingsen kannst, dir, so, warte, Was ist jetzt mit der Glocke hier? Unverwundbar, aber, aber, was muss ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ach so, der muss selber die Glocke hauen, wa? Wie mache ich denn das mit dem? Jetzt komm, nein, ja, ja, oh, sind wir durch, kommt jetzt weg und hinzu, oh, zum ersten Mal, oh, pssst, oh, der Necrodancer, I know how to defeat him, Cadence, aber wir müssen zusammenarbeiten, folge meinen Lied, Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, oh Gott, was muss ich machen mit dem, ich habe keine Ahnung, ich habe es mir noch nie angeguckt, bei irgendjemandem, was heißt denn Folge, jetzt kommt der mit, warum liegt, ist denn der genau da, wo meine Dings ist, äh, warum ist das, warum ist das Interface zu klein, ich verstehe es nicht, ich, warum ist das, ich verstehe es nicht, ehrlich, was heißt denn hier, follow my lead, das ist ja jetzt, ja, verstehe ich nicht, ich muss auf beide rauf, nehme ich mal an, äh, warte mal kurz, okay, ähm, anscheinend, muss ich, also Dorian gleichzeitig bewegen, also, ne, und ich muss ihn mir zurechtschieben, ach Gott, das muss ja mir doch gesagt werden, ah, das ist doof, ey, das ist, ich hätte doch so, so schön genug Schwierigkeiten, mit dem Bosskampf, oh Gott, wir versuchen es, okay, wir versuchen es, wir hatten, okay, das heißt, warte mal, nein, genau andersrum, ey, konnte, ich hab mir die gerade hier zurecht geschoben, na toll, oh Gott, man muss hier gleichzeitig auf die Knirper drücken, alles klar, das ist soweit, das ist ja soweit, total logisch, aber, warte mal, ja, mach doch, danke, einer noch rüber, nein, nicht auseinander, wo willst du denn hin, es war zu viel, scheiße, nein, andersrum, warte, oh, ist das, ist das kompliziert, hier auf den Sonntag, jetzt, ich würde ihn endlich mal kaputt hauen, gerne, ach so, ich mach die Bühne kleiner, deswegen, alles klar, jetzt kriegt er auch ne, verflucht seid ihr, was ist denn mit deiner Laute hier, jetzt habe ich die goldene Laute, ach so, der ist nur mit der Laute, angreifbar, gründe, ich hau dir so auf die Nüsse, na toll, ach, Dorian ist gestorben, oh, Dorian ist gestorben, das hätte nicht passieren dürfen, äh, der Necrodancer, in der Daily Challenge, ähm, Highscore, okay, äh, nicht geschafft, aber ist mir egal, das war, wir waren beim Necrodancer, ist das ein heuliger Bosskampf, so ne Scheiße, ich hab Dorian freigeschaltet, ich weiß nicht, was er besser kann, dann wissen wir ja, was wir jetzt am Freitag machen, oder? Alles klar, ach, der Necrodancer ist jetzt für Trainingwaffel, das ist ja super, äh, das war die Daily Challenge für heute, ich bin, oh Gott, ich bin, ich bin gerade voll, voll, voll durcheinander, durch den Wind und so weiter, das war der Necrodancer, ähm, zum ersten Mal gesehen hier, ich und bei mir hier quasi, in dem Moment, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, wir danken mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, schönen restlichen Sonntag noch, ne, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.